sehr weh aber es ist schön, dass sich das so durchgesetzt hat was macht man, während man auf den Händler wartet? richtig, buddeln, buddeln ja das ist halt einfach für die maximale Effizienzkurve ja ich muss dann mal ein Messing aus dem Ofen holen hier ich bin jetzt sagt, dass wir ein Messing brauchen wir haben so viele Blei, dass wir uns ein paar mal verhüpfen könnten guck mal nach oben, da hast du auch noch so ein bisschen siehst du das? nach oben hin? nach oben drinnen rein tu da mal schauen so, hier so, wo ich bin, über mir wie genau kommen wir jetzt hier nochmal raus? ach ja, äh, ja ach ja, warte mal, paar Kugelsgild, kein Ding, ey stimmt, wenn man das gemäxt hat, springt er ja richtig böse ja, ja, zwei Meter höher ja, ja, japaner das ist halt jetzt aber auch mal ein Loch geworden, ne? schrotpatronen schrotpatronen ab so, die hätten wir Dann haben wir noch 100 Projektilwaffen Team 6.2 So jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Kiespulver verbraucht. Boah, ich bin echt so an das Legacy geschädigt, ne? Same. Man konnte doch, ach nee. Ja. Aber es ist eine schöne Schädigung. Absolut. Geht nicht denn, hübsches Mädchen? Na ja, du bist bezaubernd. Das sehe ich in dem Pummel dick aus. So, da ist ein Schreihals, die nur rumsteht. Sag sie. Sag sie. Ich schieße sie einfach ins Bein. Ah! Wenn ich in meine Kniescheibe... Schrei für uns. Es war so ein Zombie wie du, aber dann habe ich einen Schrot auf den Knie genommen. Schrei für mich, los. Ich meine den Zombien. Das habe ich jetzt wohl gesagt. Mehr schreien, los. Nein, nicht hier hinlaufen. Nein, hier sind die Autogeschütze. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt ist ihr der Kopf weggeplatzt. Nein, lauft mir bloß nicht hinterher. Oh, Hilfe! Was soll ich nur tun? Guck mal, diese ekelen Soldaten hier rumrennen. Ja, echt mal. Weißt du, da kann man einfach nur mit dem Basie einhauen, irgendwie, oder? Hm, noch hier. Schön den Baseballschläger ins Augenloch drücken. Was? Komm, die Zombies her. Ihr seid so doof. Die bleiben am Geländer hängen. Ich stehe vor euch, ihr Idioten. Bist du bei der normalen Situation nicht am Geländer vorbeikommen, aber in der Blutmode nach die Schwachstellen finden. Ich verstehe nicht. Zeig mal so. Oh, noch ein Schreihals. Hallo. Ja, die Statik-Zombies kommen halt auch immer erst in der Horde. Wißt du? Da wirkt das jetzt schon wieder See, ne? Hier ist völlig frei mit Schaum vom Mund, aber der Schreihals-Zombie muss unbedingt an dem Pfeiler rumkloppen. Versteig nicht. Da muss man einfach die Schrot auspacken und irgendwas gegen machen. So. Geht halt TP. Unglaublich. Wunderbar, oder? Unfahrtbar. Verlag, völlig frei mit Taum vom Mund. Ja, da kann man halt nur noch mal in die Edelmähne gehen. Und eine halbe Stunde muddeln. Ja, in das Loch vor dem Händler darfst du erst mal rin, wenn du Parkour gemachsst hast. Sonst kommst du nicht raus. Ja, sonst hat sich das. Echt zur Schlümpfung, ja. Na, kannst ja mal gucken, komm, du bist hier auf dem Wind. Der ist hier ein bisschen eskaliert. Ich habe gerade gesehen, dass ich mein Mopad noch nicht ausgeräumt habe. muss ich nochmal zurück Ordnung ist alles ich arbeite übrigens gerade an dem Weg runter jetzt aber raus hier jetzt nicht mit anfangen sollen langsam sollte man meinen du kennst mich aber ja aber ich bin es hier heim mag ich das ja ich weiß das wirst du nicht immer wieder machen ja das ist richtig aber die Definition von Wahnsinn ist auch immer wieder das gleiche zu machen um was anderes zu erwarten das ist richtig ah die Lernkurve ist stagniert ich hab gesagt du keine Intelligenz mehr scalen kannst weil es auch dünner da oben ja ist rum kannst du nichts machen machst du nichts machste nichts so haben wir nur strukturellen Prügel haben wir hier noch oh shit oh shit ich hab gar keinen Damage Prügel ich guck mal nach oben jetzt fahrt man die Fackel nicht mehr jetzt fiel ich glaub das kannst du jetzt nicht mehr fahr und genau das gleiche ist mir passiert in der Ölschiefermine wo ich das gepuddelt habe da ist mir auch das ganze Dach auf mich hingestürzt und das ist jetzt auch so ein richter Steinbruch das Problem ist halt auch jetzt sind die ganzen Grasblocks da überall jetzt musst du da unten erstmal wieder rumpuddeln und die ganze Grascheiße da abbauen puddeln du jetzt hast du nämlich unten drin Gras das ist ja nicht das schlechteste oh Hülsen Hülsen ja gut ey das ist kein Untertagebau jetzt ist Tagebau schön ich könnte sagen das war geplant aber aber ne aber ne wars Agi nicht die ist reinrassig heißt das sie rast immer in was rein reinrassig ist das sie rast immer in was rein ach geil du schaffst das Rocky lass dir Zeit und der Gewinner ist Rocky ich fass es nicht die Schnecke hat grad irgendeinen Stein verloren ja kein Stein verloren super ey super 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 bringst du da grade hoch damit du überall hier wegbohren kannst ja voller Körper Einsatz ja ich hab auch keine Intelligenz geskillt nein ich hab Minenarbeiter geskillt ja das kann zum Problem werden es ist Zeit ist schon wieder soweit ja dieses Loch jetzt ist ein Loch ja jetzt muss ich echt fünfmal aufpassen wie ich dir hinfahre ey das Pausenloch endlich Steine schmelzen das sieht bald um aber zwischendurch sagen meine ich sorry ne es fällt aus ja ok ja fällt aus fällt aus wegen Bohnennebel oh ähm 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 Mitchell ja überhaupt da was für dich weil du grade hier bist halloi Samen guten Morgen ihr Samen oh Dankeschön oh endlich Quest abgeben hast du das vom Quest gekriegt oder hast du jep oh nice 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 macht ganz viel grosses BOOM brauchst du Monika für? ja ist in der Kiste ja boh jede Menge ich hab was dabei davon sonst also ich hab selber auch so eine Abra Kabum ja dein Verhalt für dich ne ist die Hälfte von dem ich dabei hatte ok thanks geht grad so hallo guck mal ne jetzt ich bin schon wieder hier der Ausstatter Körnel krieg die 6er Compound am Brust mitschel krieg die 6er Dessert wölscher ich sag Moin und er sagt Tschüss ne er macht Tschüss er macht Tschüss ich sag Moin und er macht Tschüss ne 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 nee so was können wir denn hier darf mir bloß nicht diesen Brandstifter auf die Baustelle Brauchen wir noch eine Ambrust oder sind unsere Schmieden besetzt? Alle Schmieden sind besetzt tatsächlich. Wir nix brauchen. Was? Ja. Wir nix brauchen, Ambrust. Nixe wieder. Womit schießt diese Waffe denn? Mit was denn? Welche Waffe? Die M1A4, glaube auch mit 3006. 83 damage. 3 nachts. 3 nachts. Wir nehmen die Nummer 3. Sind wir's mit dem Sniper mit oder was? Nee. Mach das doch. Das ist der Sniper oder warum? Schüs-schnibbern. Weggeschnibbelt den Kopf. Hohenzug hängt der Kiefer tiefer. Ja. Junge, hier wird schon wieder geballert. Ich hab immer die Gang getestet. Ah ok, mach ich immer so. Das mach ich auch immer so. Ja, die macht auf jeden Fall die guten Löcher. Passt da ein Reflexvisier drauf? Ja. Nice. Ich hab bei meiner drauf, Reflexvisier, Mündungsfeuerbremse und die Laserzielhilfe. Und könnt auch noch die Extended Mag, also die Flat MagWave. Diese kleine Magazinerweiterung. Nicht die Trommel, sondern das schwarze Ding. Wirbt ihr da drüben gerade? Wasteland. Endlich wieder zu Hause. Oh, ich hab sogar... Oh, bitte lass das... Kommt das hin? Oh, der Geruch von Leichenteilen. Was? Kommt das hin? Hab ich mein Hochhaus als Quest? Mein Hochhaus? Ja, ich hab mein Hochhaus als Quest. Ja, ich hab mein Hochhaus als Quest. Dann gibts ja endlich mal wieder vernünftigen Loot. Ja, gibts endlich mal wieder was zum Offenfresser hauen, ey. Geil. Aber habt ihr übrigens mal auf die Kills geguckt? Ich war durch die letzte Session gar nicht dabei. Was soll los? Gecheated. Wissen wir doch schon. Ja, so ist es. Wir machen einfach Quality-Content. Und nicht so buddeln. Äh, f-buddeln! Wie manche YouTuber hier. So krasse Typen, ey. Buddeln ist für mich Abfall. Aber ja, ist so. Das ist ja dunkel hier, oder? Wie wollen die wachsen? Welcher Mod? Ich krieg den Halbautomatik-Mod nicht in die M1 rein. Ja, weil es ne Einzelschusswaffe ist. Das ist ne Bolt-Action. Was willst du mit einer Halbautomatik in der Bolt-Action? Ach, ne M1 ist doch keine Bolt-Action. Was ist da? Aber es ist trotzdem Einzelfeuer. Ja, ne Halbautomatik ist Einzelfeuer. Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst. Na ja, ne sicher. Ja gut, du kannst ja aber schlecht die gleiche Mod für den Feuermodus, den das Ding von Haus aus hat. Weil ich bastel ja auch nicht ne Vollautomatik in ne AK-Mod. Doch funktioniert. Dann hast du erhöhte Feuerrate und trotzdem mehr Schaden. Safe Call. Ich bin Burton, ich weiß alles besser. Es ist aber so. Es ist aber so. Es ist so. Hm. Weißt du was auch so ist? Ich. So ein Stahlknüppeln tut echt weh am Kopf. Kann sein. Ja. Ist das trotzdem so. Oh, 6er Schrauben. Ja, 6er Ranch brauche ich jetzt auch China mehr. Äh nein. Apropos Jut, das du erwähnst. I told you. Schlag Schrauber. Schlag Sahne. Sag Schlag. Sag Sahne. Garage. Womit holst du das so? Du isst Haare. In die Garage. Joghurt. Joghurt. Hat der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Joghurt-Shop. Vom Joghurt-Lieferant Iris vertraut. Joghurt. Ich bin schon im dritten Stock ey. Dann kipps so schnell. Oh, ne. Ist so dumm. Ist so dumm. Ich bin schon wieder durch. Jaja. Oh, ne. Ich schaff dich. Ich schaff dich einfach. Ja. Alles was der Bunde hier schafft hat. Ja, was Dummscheißreden angeht, hast du jetzt deinen Weißer gefunden. Ja, ich glaub auch. Gott sehr dank. Da, herrlich. Da bin ich direkt zu dem hin. Boah, war der schon tot. Ja, wir alle bringen deinen Hund mit zur Arbeitstag hier. Man kennt schon. So bin ich krank immer. Spieß. 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 Katze da. Katze da. Katze. Endlich wieder Katze. Ich gebe meine Katze nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ja, Dünsten. Das Unterschied von minus 40 Grad. Die Dünsten, ja. Oh weia. Kommst du denn noch her? Na. Das heißt Nucola. Oh, Messingheizkörper. Äh, Wasserhahn meine ich. Guck an ey. Du bringst in Gebäuden die Heizung auseinander nimmst, kriegst du auch keinen Heizkörper. Weiß ich. Gut. Aber ich warte noch auf meinen Schlagschrauber. Plag. 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 Mach dich. Plag. Plag. Mach dich nicht über mich lustig. Nicht? Ah. Hm. 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 Schlag. Unterwältigend. Schlag. Das ist eine Blamasch. Ja, die Blamasch. Was ist das? Du machst Schlag Sahne auf deinen Kuchen. Kuchen schmeckt besser mit Schlag Sahne. Du hast Haare. Äh. Hm. Du hast Haare. Oh, ekelhaft. Wir brauchen eine eigene Schießpulverkiste. Ja. Deine Schießpulverkiste braucht eine Schießpulverkiste. Watze. Af. Wollen wir mehr Schießpulver herstellen? Noch mehr Schießpulver herstellen. Ich sehe das Problem nicht. Ja, Rohstoffe sind vorhanden. Warte mal Sch... Warte mal Schießpulver... Gibt's doch auch hier diesen... Ja, da bräuchte man... Wenn man die Stacks bauen könnte. Jaja, da bräuchte man einen Sprengmeister. Brauchen wir dafür. Ah. Wenn wir doch bloß einen hätten, der das killen würde. Haben wir leider nicht. Gilt ja jemand, aber der ist so oft nicht da. Der Typ, weiß ich auch nicht. Der lebt in der Wohnung. Boah, der kommt in jeden Fall. Der kommt in jeden Fall. Völlig unzuverlässig. Völlig unzuverlässig. Völlig unzuverlässig. Völlig unzuverlässig. Gears geil. Gier abnehmen, kicken. Fertig. Jawoll. Blödmann. Er wird quasi abgegeart oder was? Abgegeart. Abgegeart. Oh Mann. Das war doch dein Job. Du hast das mit dem Jagen geskillt, oder? Ja. Setz richtig. Ich glaube, wenn du mir die Klamotte ausziehen würdest. Mir einen Knüppel gibst. Und mich gegen Fertner antreten lässt. Ich glaube, ich würde dich immer noch weggachen. Er geht ja gar nicht. Ich habe ja noch meine Schrotflinte. Ja. Macht nichts. Warum zum Teufel will er mit dem Schlagschrauber zuhauen? Macht er nicht. Ja, weil es kann. So nicht. Was nutzt du denn so ein Ding? Einfach Schlagschrauber. Das heißt ja Schlagschrauber. Jawoll. Oh gut, egal. Ich weiß jetzt nicht, was du erwartet hast. So, ich will meine Rolle auch fahren. Jo. Crab hier in der Zeit schön. Das ganze Messing in der Hand. Hm, Messing. Wird hier alles in der Hand gecrapped. Messing, brauchen wir sowas? Ach, ich crap das einfach. Das heißt ja Schlagschrauber. Den hast du wieder nicht kommen sehen. Nee, den muss ich gerade in den nächsten in der Werkstatt präsentieren. Ich glaube, der schmeißt mir das Ding um die Ohren. Kannst du wetten? Das heißt doch nicht Wurfschrauber. Wurfschrauber. Aber das ist doch kein Wurfschrauber. Ja, ja. Wieso? Papa. Was ist denn mit dir? Hast du dich gelernt? Das ist... Ah. Oh nee. Das macht... Die Story ist zu krass für einen Grabstein. Das geht so nicht. Ich glaube auch. Ja. Ja. Hier liegen einige Beine. Ich wünschte es wären deine. Jawoll. Oh, Schrotflinten-Magazin-Vergrößerungsmod. Na nett. Nehm ich. Hm. Jetzt muss ich gehen auf Sanitäre Anlagen machen hier und... Sanitäre Anlagen. Röhrig. 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 Warum habe ich das Bild in den Augen, wie er sich gerade mit dem Kabel da verheddert? Ja. Ja. Röhrig. Sanitäre Anlagen. Meine Heizung röhrig. Und lecken tut sie auch, Hans. Ein selbsttätiger Entlüfter. In Fachkreisen auch Sniffelstück genannt. Mhm. Wieso liegt die rum? Sieht aber gut aus. Uh. Munition. Wo sind... Arbeiten wir jetzt mit Playmobil oder ist ihr Jugendforscher oder was? Soll es zu albern sein? Wo habt ihr denn alle eure Radiatoren? Hallo. Wo sind eure Klimaanlagen? Ich brauche eure... Ja. Alle unsere Radiatoren haben. Also ich habe meinen eigentlich dabei. Äh. Ja. Normal. Jetzt nehme ich den Schrauber und schlag mal ordentlich zu. Gar nicht. Ja. Haben wir blasene Wälde? Ja. Oder können wir die noch brauchen? Wir haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir komplett sind. Wieso? Weil der eine Händler einen hat. Wie teuer? 1350... Spielt das ne Rolle? Nur wenn du da Geld hast, dann bring mal mit. Wäre geil. Wäre geil. Ist schon mehr einen finanziellen Notstand eigentlich? Nö. Du? Nö. Nö. Du? Du? Finanzen kann ich. Finanzen? Finanzen. So, da brauchst du erstmal drei Bier. Oder zwei. So, Biereffekt. Vier Minuten 35. Läuft. Na Jungs, soll ich euch mal ihn wegballern? Den hab ich's aber mal so richtig gegeben. Den nehm ich mit. War auch super. Ich hab heute bei Airbus drei Schellen bestellt. Weil wir haben unser Airbus Lager haben wir ja direkt quasi bei uns mit auf dem Platz. Ja. Also können wir halt über ein Tool können wir da Kram bestellen. Und ich hab mir heute drei Schellen bestellt. Ja, dann musst du da aber eben hinfahren. Musst sie abholen, weil die nächste Postroutine kommt halt erst irgendwann. Keine Ahnung, später. Ich da hingefahren? Saßen die da alle im Pausenraum? Ja. Der kommt, um seine Schellen abzuholen. Ja, dann gib ihm mal ne Schelle. Ich sag, komm mal her, gib ihm mal ne Schelle. Jawohl. Er muss ja auch so'n Idioten. Ja. Das glaub ich sofort. Er färbt halt alles ab, ne. Sobald du Bonnys in der Umgebung hast, ist sowieso rum. Ist einfach so. Die Leute sind einfach unbrauchbar. Wieder da. Oh. Bibi. Hallo. Hallo. Hallo, sehr aufreglich. Wer grunzt hier neben dem Haus? Es räuchelt. Wo? Weiß es nicht. Upsi. Upsi, pupsi. Hundewutter. Mh. Boah. Aber lass mir was übrig. Ah, nee. Am geilsten schmeckt es, wenn die Dose halb leer ist und schon trocknet am Rand. Was? Wenn es schon richtig kernig ist. Ja. Yummy. Einmal ohne Fliegeneier ist kein Mal. Mh. Hundewutter. Und das ist ja so schön kross. Ist so kross. Jetzt muss der letzte Fall im Winter sein. Buh. Das ist so schön kross. Oh, ein Löwenzahn. Ein Lundzahn. Scheiße. Aber ich will euch ja nicht alles wegfuttern, Jungs. Haut ordentlich rein. Oh, herrlich. Das muss mal der letzte Fall im Winter sein. Einfach nur gut, ey. Habe ich mindestens auch nur 1000 Millionen Mal gesehen schon. Ich bin der Radiator, Mann. Lass mich ran. Ich weiß auch nicht, wie das gewesen war. Also wie das genau so gewesen war. Da hat er kurz rargetan. Aber ich weiß auch nicht. IQ. IQ, IQ. Können sie das Geräusch nochmal machen? Ich höre sie erst so gerne. Ihr hört das. Warum habt ihr eigentlich noch keine Drohnen? Aber weiß ich auch nicht. Eine sehr gute Frage. Mr. Intelligenz gespielt. Was war los? Weil Drohnen hier illegal sind. Ach so. Ja. Luftraumgewirrwachen oder? Exakt. Ja, Drohnen rufunden in meinem Auto. Echt? Okay. Krass. Packst du die jetzt bitte wieder in meinen Kofferraum? Danke. Sind alle nur am Cheaten. Ich weiß es nicht. Ich finde hier Dosen und Plaschen. Du freust dich doch immer Dosen. Wenn du jetzt wenigstens am meisten Geld hättest, hättest du gesagt, okay, da hast du halt Fund gesammelt. Ja. Den Skill Fundsammler Pro gibt es nicht. Hat halt auch nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert. Und nein, ich freue mich nicht über die Dose. Im Early würde ich sagen, ja. Was ist denn jetzt so? Ey, es geht los mehr. Geht's nach Hause. Eisen ist Eisen. Selbst ich nehme nur alle Dosen mit. Als ob. Ja, ist so. Die crabst du in der Hand. Ja. Das ist ineffizient. Das ist mir egal. Das ist doch kein dritter Weltland. Lieber ein Eisen als gar kein Eisen. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich schon. Lieber dein Eisen als mein Eisen. Hm. Ich mag nichts an, was mich wenden willst. Das ist... Wir haben das so erstmal richtig ausdiskutiert. Hm. Oh, geil. Hallo, Ivera-Creme. Hm. Boah, gerade dabei wären. Ich muss schon mal um drei HP heilen. Boah. Das muss drin baden, um 10 HP zu kriegen. Der Sturm in der Wüste, den Namen war auch gut hinbekommen. Boah, shit. Der ist auf jeden Fall gut heftig. Was ist das eigentlich für eine Buchte hier? Hier ist ja irgendwie auch jahrelisch los, außer zwei Dosen im Schrank. Also mal wieder beim Thema. Beim Thema Dosenbier. Colonel, mach die Dose scharf. Schön die Hülse rein, ey. Schön reingedrückt. Hier, Munition. Äh, schon wieder Munition. Boah, nee, ey. Munition. Benutz doch eh bloß, mein Knüppel. Ist so. Ich glaube, ich habe jetzt hier in diesem Dorf jeden Radiator abgebaut, den es gibt. Jetzt ist der hier auch noch runtergefallen, der Idiot. Jeden Radiator. Jeden. Da sind jetzt alle tot. Ja. Gut. Dieser Dörf, hab ich ne Quest mit der Wettel-Frau, naja, der Mahl-Gehler. Oder wollt ihr hierher kommen? Was für ne Quest? Wohin? Ist nur du vereint. Lohnt sich. Achso. Ich muss erst mal... I am in the Wasteland drinne rein. Ich muss erst mal auftanken. Ja, egal. Tank doch erst mal nach. Tänk doch erst mal nach. Weil du nur Dosen findest. Ja, dann kann auch gerne hinkommen. Das ist mir recht. Ich hab fast schon. Vielleicht finde ich hier am Wasteland auch ein bisschen Cheat-Items. Ne. Du kriegst zwei Dosen schon ein. Na ja, immerhin. Immer zweimal mehr wie du. Ja. Dann geh ich jetzt eben ausmüllen, so. Geh ich mit meinen Radiatoren spielen. Bei dir sind es nicht die Radiatoren spielen, aber das ist die Radiatoren spielen. Das sind hier die Radiatoren spielen. Ja, das ist richtig. Mann ey. Warum steht eigentlich ein Förster vor unserer Bude und wiggelt da rum und eine Schrei-Olle? Vielleicht hast du die Kisten aus illegal abgeholztem Regenwald-Holz gefertigt. Und deswegen beschwert er sich halt jetzt drüber. Achso. Verstehe ich nicht. Na, da Leute, zwar. So war's nämlich nicht. Ich hab nix gemacht. Ich mach Mut. Warum muss ich mich jetzt mit dieser Mini-Horde rum belagen hier. Ich bin noch... Du musst ja mit der Schroflände. Ich nix. Was gibt's hier denn noch? Ich nix schießen. Ich hab den Job doch nur angenommen, weil es nie was zu tun gibt. Ich bin in die Häckselanlage gefallen. Und eine Häckselanlage ist abgefackelt, wie ich das richtig gesehen hab. Oh, kann gut sein. Da ist eine Put. Lass mich raus. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Stell dir mal vor, du bist so ein Bauer. Mitarbeiter-Zombie läuft gerade irgendwie einfach normal eine Treppe hoch. Wie so ein normaler Mensch einfach. Und hier schießt einer so neun Millimeter in den Rücken von der Soziale. Finde ich auch. Also wenigstens warten, bis er sich umdreht. Was ist hier mit Gewerkschaft? Ja. Was ist mit Gewerkschaft? Ja. Ist einfach so. So Bob-Bescheid zu hören. Bob-Bescheid. So. Murat und seine Freunde. Da muss ich dir mal was schicken. Time to do some sketchy shit. Zu viele Waffen bei. Nicht zu viele Waffen. Na, dann ist halt den Inventar zu clean. Siehste. Da. So wird das. So klingt jetzt das Shitlet viel besser. Bin ich aber. Das denken wir auch jedes Mal so. Boah, jetzt das Inventar von einer der Mods, ne? Ja. Ja. Das auf jeden. Ja, dann sei oben, ey. Krass. Mensch. Gehen fix jetzt. Na, die Dosenfutter mal nicht in die Birne hauen, ne? Für keiner gekocht werden. Wieder mal ein bisschen Punkt 44. Machst du Hochwertessen jetzt, ne? Ja, naja. Normal. Vernehmt diesen, diesen Müll hier, ey. Ich krieg doch Bauchschmerzen. Abfall. Nicht diesen ekligen Trolley Mist, davon krieg ich Durchfall. Was für den? Kunst des Bergbaus, Band 6. Prüfe. Äh. Kunst des Bergbaus, Band 6. Hab ich noch nicht. Und. Ich nix haben. Nix haste. Einfach nix. Nix haste. Probier. Ja. Das lässt dir auch keine Ruhe, ne? Nein. Da denke ich heute das, glaube, siebte Mal dran an das Ding. Ich weiß nicht warum. Ja. Das ist übel. Ich sollte mal mit dem Psychiater reden, den ich abgelehnt habe. Mein Psychiater hat mich abgelehnt. Na bitte an. Ich habe ihn halt auch nie gefragt, wie es ihm geht. Ich bin schon ziemlich arrogant von dir. Äh, so. 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 Die eben auch schon wieder durch. So. Jetzt muss ich in die nächste City fahren, um da die Radiatoren zu klauen. In die City. In die City. Bau ja beim Hochhaus alle Heizungen ab. Hier sind keine. Was ist das denn für ein Staat da, wo du bist? W-Wirnix Zentralheizung hier bei Usi. Ja, hier steht Ali selber am Boden. Oh weia, oh weia. Militärhandschuhe, äh, äh, Level 6. Nehm ich. Gut. Gut, gut. Uh, Level 6. Hm. Ich bin fast beeindruckt. Ja, denn drunter kommt mir nicht in der Tüte. Ja. Rinnereien. Immer ist was mit dem schrottigen Moped. Auf dich mal ein Fahrrad. Ach, Borsti. Ach, Borsti, du bist doch keine Steckdose. Hm. Du bist ein Schwein. Boah, da steht doch immer so ein Fettsack. Nee, nee. Uh. Klick, klick. Boom. Grundsätzlich auch das, ja. Das ist ein Gas. Noch ein Motor. Na, zum Glück habe ich nicht gerade erst eh gefunden. Hab ich eigentlich schon eine komplette Motorkiste? Nein, aber sie wäre angebracht. Ich meinst du, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ja. Wir schaffen das. Ist ja auch notwendig. Ja. Ist wie die Fleischkiste. Der Fleisch-Tablin ist abgestürzt. Ich bin irgendwie nicht im Bilde, oder? Kennst du nicht? Nein. Ich bin irgendwie nicht im Bilde, oder? Nein. Oh, we're all together. Ich glaube, danach ist man, glaube ich, gar nicht mehr zu überrauchen. Nee. Hey. Siehst du ja, was das auf mir gemacht hat? Ja. Aber ich glaube, das hat auch noch ganz andere Gründe. Äh, ja. Uh, hier liegt ein Messingrohr in der Küche. Der hat Geschmack. Ist hier diese Typen, die auf irgendwelchen Baustellen Kupfer klauen? Ich glaube, du bist einer davon. Das ist ein Messing-Klauch statt Kupfer. Vielleicht. George, sie sind uns draufgekommen. Manchmal, vielleicht. Das ist ein Halber und der wiggelt so auf dem Boden rum. Da hilft nur Vitamin S. S wie Schrotflinte. Das ist wie Stahlkeule, Alter. Oh, ja. Grundsätzlich auch das. Grundsätzlich ja, aber machen wir nicht. Weil das Stahlkeule ist. Exakt. Das wird sein. Das wird sein, ja. Das ist der einzige Grund, nicht die Stahlkeule zu benutzen. Kein Zahm, ja. Der einzige, den ich akzeptiere. Das ist richtig. Ja. Danke, mein Zahm. Wie ist dieses verkackte Hochhaus einfach komplett auswendig kenne mit allen möglichen Scheiß-Büros. Ich wohne hier einfach schon in jedem Drecks-Spielstand, den ich habe. So, jetzt gibt es gleich den schönen großen Endkampf hinten. Können wir mal alles durchladen, was ich habe. Machen wir mal nach dem Essen und dann geht los. Schlimm ist, wenn ihr in den krassen Regionen seid, sind in den kleinen Regionen keine Zombies. Ja. Das ist hier total langweilig hier bei mir. Ich dachte einfach, dass du auf Peaceful spielen willst. Ja. Mach ich ja. Oh, witz. Eigentlich wollte ich 7 Days ohne Survival spielen. Ja. 7 Days to Minecraft, ey. Oh ja, Minecraft. Kannst du Minecraft spielen? Ich glaube nicht. Was ist ein Minecraft? Minecraft. Minecraft. Aua, aua. Mami macht. Ne, aua halt. Sauspack. Jep. Yes, yes. Yes, yes. Was hier mit Zombies? Wüsste ich nicht. Also hier sind gar keine. Ja, bei mir gerade auch nicht. Hallo. Ich stehe auf dem Dach vom Hochhaus, wo eigentlich die Hölle ist. Aber hier ist gerade irgendwie so gar nichts. Ah, jetzt kommt es alle. Na guck, ey. Oh, das ist ja Trader. Hallo. Geht doch. Endlich kommt ein Zombie. Na endlich. Aber mir spawnt es gerade. Bitte halt dp. Er hat Einser-Aufgaben. Ich werde bekloppt. Die Wut verrückt. Was mockt die Bangle in die Grauen? Wenn der jetzt Hülsen hätte. Tü, tü, tü. Nun. Sitzig. Böden schweißig. Hallo. Bin ich fleißig? Ich hab noch ein bisschen EP hier gerade. Zack. We ain't got what you're looking for. Der Typ hat Messinghülsen. Hat aber. Da kann man die Knäde vergessen. Oh nein, mein Bein ist verstaucht. Gib die Knäde. Hey, hey, hey. Autos. Polizeicoupé. Das sieht kein bisschen aus wie ein Polizeiauto. Wie hat sich das denn ausgedacht? Wie hat sich das denn ausgedacht?